Harald, fahren wir erstmal zum Bäcker, oder? Bäcker, Bäcker! Nein, Junge, heute nicht zum Bäcker! Wie kein Bäcker heute? Ne, das dauert zu lange, Beton kommt, kein Bäcker! Beton kommt? Kein, nicht zum Bäcker, alles klar! Ah, herrlich, da sind wir auf der Baustelle! Wir sind da? Ja, wir sind da! Voll Hunger, Junge! Der Tag kann ja nur gut werden! Erstmal ein Croissant! Was ein Sech, Junge! Was ein Sech! Scherzchen, komm, Pause! Wie schön für die Pause! Junge, hast du keinen Hunger? Was? Hunger! Nö, nö, essen tust du schon nix, nö, nö! Hab gar keinen Hunger heute! Hast du keinen Hunger? Ach! Nö, wie lecker! Oh! Oh! Händchen geschnitteltes! Komm, Junge, Pause vorbei! Wir können nicht zum Bäcker, Beton kommt! Wo ist denn Beton? Beton ist immer noch im Stadion! Voll Hunger, Junge! Oh, lecker! Oh, super! Und ich hab gedacht, ich krieg heute nichts zu essen! Aber das geht auch immer wieder! Über die Verk precisenden, mir kommen! Du bist bist hier! Ich hab die Verkaufschmutz! Ich hab dich damit! Viele Leute! Ich hab dich bestem Schmerzen! Ich hab dich Intermedan in die Verkaufschmutz!